. . . Wir sprechen über die dritte dritte Liebe, dramatische Entwicklung und wunderschöne Neuanfänge. Und das tun wir Heuke mit EKP Müller von der BUNTEN, aus der Hauptstadt. Schön, dass du da bist. Ich freue mich, hier zu sein. Ich möchte sofort loslegen. Ich bin schon aufgeregt, weil so viel wieder passiert ist. Eben saß noch die schicke Helene hier. Und jetzt, Ilka, lass mich ein Kompliment los. Wow, oder? Großartig. Sehe ich ganz genau so. Lass uns über Helene sprechen. Was wisst ihr von Bunte bisher, wie es ihr geht? Sie hat sich bei den Proben verletzt, die Rippe ist gebrochen. Was ist jetzt Stand? Ja, unglaublich erst mal. So kurz vor Tourauftakt wäre heute losgegangen. Und sie hat monatelang in Montreal, in Kanada geprobt für diesen riesen Tourauftakt. Ihr geht es natürlich schlecht. Ich habe vorhin noch mit Live Nation, dem Konzertveranstalter, die machen ja auch Madonna, Depeche Mode, Beyoncé, wirklich die größten Big Names auf dem Markt. Mit denen hatte ich noch telefoniert. Und die sagen natürlich, so ein Rippenbruch ist einfach ein ganz großer Einschnitt. Und das soll schon was heißen, wenn eine Künstlerin wie Helene die Tour absagt. Weil die ist ja eine Powerfrau und die lässt sich so schnell nicht durch irgendwas aus der Ruhe bringen. Und die kann natürlich auch zeigen, dass sie jetzt am Start ist und dass sie einfach jetzt irgendwie was ganz Neues auf die Beine stellt. und will ihren Fans ja auch eine Megashow bieten. Wisst ihr irgendwas über den Hergang dieses Unfalls, wie es am Ende dazu gekommen ist? Das war bei den Show-Proben, bei akrobatischen Einlagen. Dafür ist sie ja bekannt, dass sie wirklich immer Neues... Da sehen wir einen Einspieler von den Tourproben. Da war noch alles in Ordnung. Und Cirque du Soleil, das ist natürlich eine Mega-Weltmarke. Sie ist eine große Deutschland-Marke und sie hat sich wirklich neu herausgefordert. Und da sehen wir, also die geht immer wirklich an ihre Grenzen, da noch ihre athletischen Einlagen. Ich meine, da kriegt man schon mal im Zuschauen irgendwie einen Bandscheibenvorfall. Da sehen wir uns alle drei nicht in den Höhen, glaube ich. Aber du sagst es gerade, Cirque du Soleil, das sind Profi-Akrobaten. Und jedes Mal, wenn sie auf Tour geht, setzt sie wieder einen drauf. Thomas Seidel, ihr Freund, Mann, Vater des Kindes, sollte ja auch wieder mit dabei sein, auch akrobatisch. Denke ich mir, die ist jetzt Mama, die hat ja eine ganz andere Verantwortung als noch vor drei, vier Jahren. Warum will sie auch jetzt noch immer wieder einen draufsetzen und sagt nicht, okay, jetzt ist es mal gut, weil das ist ja wahnsinnig gefährlich, ganz offensichtlich. Ja, Stars in dieser Range können nicht sagen, jetzt ist es mal genug. Erstmal leben die natürlich davon und dahinter steckt eine riesen Maschinerie. Das darf man nicht vergessen. Die verdienen natürlich wahnsinnig viel Geld damit. Das ist ihr Lebensinhalt, Elixier und drumherum, auch das ganze Team lebt ja davon. Und es ist nicht nur der wirtschaftliche Aspekt, sondern die brauchen das auch. Die wollen einfach ihren Fans nah sein. Und man darf nicht vergessen, inzwischen verdient man einfach mit diesen Live-Shows eine Menge Geld. Das sind nicht mehr die CD-Abverkäufe. Und naja, Mama sein ist natürlich schön, ist eine Qualität, zurückgezogen Leben. Aber dann ist auch dieser Drang bei so internationalen und national wirklich erfolgreichen Stars da. Die wollen sich wieder zeigen, die wollen nochmal eine Schippe drauflegen und sagen, hier bin ich wieder und ich übertreffe nochmal alles, was ich bisher geleistet habe. Ja, das versteht man ja, aber der Schock muss bei ihrem Mann ja auch tief sitzen, oder? Ja, natürlich, vor allem wenn der Teil der Show ist, dann ist das Kind noch da. Und jetzt, ich glaube auch noch natürlich der Druck, sie möchte am 11. April jetzt dieses Mal dann in Hamburg auf der Bühne stehen. Das ist nicht mehr so lange hin. Nein. Auch das ist wieder sportlich, ne? Mit der Genesung. Und vor allem, die macht ja nicht nur die akrobatischen Einlagen, sondern sie muss ja auch singen. Und das mit so gebrochenen Rippen, da kriege ich schon gar keinen. Also, wir wünschen natürlich weiterhin gute Besserung, auch an die Fans, haltet durch. Die Konzerte werden ja ganz offensichtlich dann irgendwie nachgeholt, hinten rangehängt. Was jetzt Bremen und Köln sind ausgefallen. Okay, also, an dieser Stelle nochmal gute Besserung. Und jetzt kommen wir zur Zahl 3. Das ist dein Lieblingsthema. Zur Zahl 3. Es geht um Christian Wulff, unseren Ex-Bundespräsidenten und seine Bettina, denn sie sind zum dritten Mal verheiratet. Ist das korrekt? Du schüttelst den Kopf. Nein, ich kann es einfach selbst gar nicht. Ach so, ich dachte gerade. Nein, nein, du hast alles richtig gemacht, Chris. Alle guten Dinge sind drei. Wie erklärst du dir dieses Auf, Ab, Auf, Ab? Das ist, glaube ich, so das Klassische. Man kann nicht ohne einander, aber anscheinend auch nicht miteinander, wie es ja die Vergangenheit gezeigt hat. Da sehen wir die beiden gerade. Also, ein Liebesauf und Ab seit 2006. Christian Wulff hat damals seine Ehefrau Christiane für Bettina verlassen, nach 18 Jahren Ehe. Ja, und dann ging es heiter her. Dann gab es eine standesamtliche Trauung. Dann kam der Sohn. Dann gab es aber auch wieder, ich sage mal so, eine kleine Auszeit. Und da hat Bettina dann sich anderweitig... Es trasselte natürlich auch viel auf die Familie ein, nach diesem kurzen... Nach der Wölf-Affäre, meinst du? Ja, genau. Er ist für das volle Verständnis. Sie sagt ja selbst, der Druck war sehr groß. Und wir haben für Bunte viele Titelgeschichten damit gemacht. Und das ist natürlich wie eine Soap. Wir lieben das... Die Schlagzeilen hast du auch noch mitgebracht. Die Schlagzeilen habe ich mit der Segelis. Er verzeiht ihr alles. Ihr neues Leben nach dem bitteren Ehe aus. Oder ich hätte es nicht überlebt. Das hat sie in ihrem Buch anders als gedacht zu Wort gegeben. Ja, und jetzt sieht man mal, anders als gedacht ist jetzt auch auf einmal die Hochzeit. Die war übrigens jetzt nicht spontan. Sie hat natürlich alle überrascht. Aber wir wissen aus exklusiven Kreisen, aus informanten Kreisen, dass das im Januar schon, also im kleinen Kreis, 20 bis 30 Gäste waren da, natürlich im engsten Familien-Freundeskreis, schon die Runde macht. Da hat die Motto, ihr seid eingeladen. Da waren Freunde aus Osnabrück da. Und es wurde in Hannover dann geheiratet. Ja, für uns alle wirklich der Wahnsinn. Ich finde, die übertreffen nochmal Richard Burton und Elizabeth Taylor. Oder wer hätte das gedacht? Also ich finde ja, am Ende steht doch, die Liebe hat gewonnen. Ja, es wurden sich kurze Auszeiten genommen. Aber Christian, er war da. Der Fels in der Brandung. Und sie ist zurückgekommen. Das ist doch ein wunderschönes Happy End. Die Frage aller Fragen, wir als erfahrene Frauen, ja, und Kennerinnen des Lebens. Ich lehne mich ein. Jetzt kommt's, jetzt wird philosophisch. Da wollen wir einfach mal in die Schätzung gehen. Was denkst du denn, wie lange es diesmal hält? Puh, alles klar. Plus, minus. Ja, genau. Nee, man hätte ja schon mal nicht gedacht, dass die wieder zusammenkommen. Das war ja schon die Überraschung, ne, vor anderthalb Jahren. Und auf einmal ist da jetzt die zweite kirchliche Trauung. Da ist man baff. Ich wünsche Ihnen alles Gute und ich freue mich schon auf die nächste bunte Schlagzeile. Ja, weiß man, was es zu essen gab bei der Hochzeit? Nee, so detailliert kann ich es nicht sagen. Ich gehe mal vom Feinsten aus. Ja, okay. Also ein, ich muss diesen Witz sagen, ein Drei-Gänge-Menü gab es wahrscheinlich nicht. Vielleicht waren es vier oder fünf. Ach, super, super. Der musste jetzt aber nochmal kommen, oder? Ich hatte mir den so schön vorbereitet. Irgendwie ist es relativ still im Studio. Ach so, bei mir kommt der gerade so, ah, der Groschenfell. Na gut, komm. So nach und nach kommt das an, ne? Ja, also wir wünschen alles Gute. Soll es denn so sein? Ja. Mit ganz vielen fliegenden Herzen. So, und wir bleiben bei Neuanfängen. Ja. Und wir kommen zu einer anderen großen Liebe. Elka? Fernanda Brandau, die ehemalige Hot Panditos-Sängerin, hat ihr ganz großes Glück mit Roman Weber, da fragt man sich, Roman Weber wer, der Stiefsohn von Rüdiger Neberg, den man noch kennt als Abenteuer-Vorscher. Und sie hat sie gefunden und sie war natürlich immer auf dem roten Teppich, hat ein sehr buntes Leben gehabt und wir haben sie jetzt geshootet auf dem Gut Bastos in Schleswig-Holstein, das ist in der Heimat von Roman, von ihrem Verlobten und dem Vater ihres Kindes. Ich begleite die beiden schon eine ganze Weile zusammen, die haben in Bunte exklusiv überhaupt ihr Liebesglück preisgegeben und es ist wirklich eine Schicksalsbegegnung. Wenn man an so etwas glaubt, es ist wundervoll, wie die beiden miteinander umgehen, aber das zeigen wir, glaube ich, mal in der Matz. So sieht's aus, bitteschön. Wo ist sie denn? Fernanda Brandau hat Deutschland den Rücken gekehrt. Raus aus dem Rampenlicht, rein in die Wildnis. Nicht in Richtung Süden, die Brasilianerin lebt mit ihrem Verlobten und der gemeinsamen Tochter Aurora in Lappland. Bei aller Liebe, nein, ich hätte nie gedacht, dass mich die Liebe in den kalten Norden ziehen würde. Das war, also ich wollte eigentlich schon aus Deutschland weg, ich wollte in den Süd, ich hatte gerade ein Haus in Portugal gekauft und wollte mehr Sonne in meinem Leben. Die habe ich auch bekommen, nur anders. Kennengelernt hat die Entertainerin ihren Roman über die Menschenrechtsorganisation Target, die sich unter anderem für den Schutz indigener Völker einsetzt. Anderen Menschen helfen, ist eine gemeinsame Leidenschaft. Amor spielte dabei Romans Schwester. Target macht einmal mir einen Jahresbrief, wo sie alle Projekte zeigen. Und dann habe ich das gesehen und dachte, das ist dein Bruder, mit dem du die Sachen machst? Da hat sie gesagt, ja. Dann habe ich gesagt, ist der Single? Und mich eigentlich so ein bisschen für mich selbst geschämt in dem Moment, weil sowas mache ich nicht. Also kann auch nicht hier die seriösen Projekte zerstören mit Anbagerei. Aber weiß ich nicht, es war ganz, ganz anders bei ihm. Romans Stiefvater ist Rüdiger Neberg, der inzwischen verstorbene Abenteurer, Menschenrechtler und Gründer der Organisation Target. Die ehemalige Hot Bandidos-Sängerin Fernanda kannte Roman vor ihrem ersten Treffen nicht. Ich hatte schon seit mindestens zehn Jahren kein Fernsehen mehr und wusste eigentlich dadurch gar nicht, wer sie ist. Und dieses ganze Showbiz, was sie ihr letztendlich auch vor unserer Zeit schon gemacht hat, das kannte ich gar nicht so von ihrer Seite. Und als wir uns dann kennengelernt haben, dann habe ich ihr einfach mal gezeigt, für was für eine Welt ich mich entschieden habe. Und bei unserem ersten Treffen habe ich dann auch zu ihr gesagt, jetzt zeige ich dir mal, wie man Feuer macht. Schnell war klar, dass sie eine Familie gründen wollen. Das Glück scheint perfekt. Fernanda wird schwanger. Geplant ist eine Hausgeburt in Lapland. Doch es gibt Komplikationen und Fernanda muss in die Klinik. Ich hatte eine Schwangerschaftsvergiftung, also eine Präeklampsie. Roman hatte gerade Corona. Ich bin mit meiner Schwiegermutter ins Krankenhaus. Und wir waren auch sehr weit weg vom Krankenhaus. Das ist nicht mal eben um die Ecke eine halbe Stunde, sondern ein paar Stunden. Und dann unter diesen Bedingungen auch kritisch. Ja, Punktlandung. Punktlandung. Ich kam rein. Oder ist geboren, Roman kam. 15 Minuten da und bekam ich meine Töchterchen. Was auch Glück und Unglück waren, denn in Schweden durfte er dann rein ins Krankenhaus und durfte zu der Kleine. Ich weiß nicht, ob das in Deutschland gegangen wäre. Und als ich dann auch wieder fit war und endlich die beiden sehen konnte, hieß es auch so, Glückwunsch, sie haben auch Corona. Aurora ist jetzt knapp ein Jahr alt. Die kleine Familie Pendel zwischen Deutschland und Lappland, zwischen Fotoshootings und ihren weltweiten Charity-Projekten. Bald soll endlich geheiratet werden. Auf jeden Fall hatten wir beide mal die Vision, dass wir gerne auch so bei verschiedenen indigene Völker auf der Welt heiraten würden, so in ihrer Tradition. Weil das auch der rote Faden unserer Geschichte ist. Und damals hätte ich auch niemals gedacht, genauso wie nicht mit Lappland, dass die Arbeit mit indigene Völker am Amazonas mich zu meiner Familie führen würde. Eine Familie, die gerne größer werden darf. Fernanda verrät uns noch. Schon beim ersten Date war für sie klar, dass Roman der Vater ihrer Kinder werden soll. Also wir sind völlig begeistert von diesem Paar, was die für eine unglaubliche Sympathie ausstrahlen, Lebensfreude. Ja, da kommt wirklich das Herz-Vibrieren rüber. Die sind ganz geerdet. Glaubst du denn trotzdem, dass aufgrund dieser Lebenssituation jetzt Fernanda sich dann auch irgendwann so ein bisschen aus der Öffentlichkeit rauszieht und sich dann eher in die lappländischen Wälder verkriegt? In die läppischen Wälder. Das hat sie ja schon gemacht. Sie hat ja in der Wildnis ihr Baby Aurora zur Welt gebracht. Unter den schwersten Bedingungen. Und das im Schneesturm mit der Schwiegermama sind die ins Krankenhaus. Das hat sie uns damals alles erzählt. Also und ich glaube, das tut ihr ganz gut. So diese Entschleunigung. Also wenn man mit Fernanda spricht, ist das so, als würde man eine Om-App hören. Die ist so ganz ruhig geerdet durch ihn worden. Die beiden sind wirklich ein zauberhaftes Paar. Kommt gerne vorbei. Aber geht natürlich dann und wann auch hier in Deutschland noch auf Events und macht auch TV-Shows. Aber ich muss sagen, Om hat sich bei mir jetzt auch eingestellt. Das war wunderbar mit dir. Vielen, vielen lieben Dank.